Hallo liebe Fans der Red Bulls, da spricht der Martin Rappermeyer. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe euch geht es allen gut und ihr könnt die Spiele der Red Bulls auch in dieser schwierigen Zeit etwas genießen, auch wenn es teilweise nur zu Hause vor dem Bildschirm der Fall ist. Mir persönlich geht es sehr gut. Ich bin mittlerweile wieder zurück im Ländle, wohne da gemeinsam mit meiner Frau und meinen drei Töchtern in unserem Haus. Ich bin beruflich als Geschäftsführer tätig und spiele nebenbei noch in der Alpshockey League bei meinem Heimatverein dem EHC Lustenau. Sehr gerne erinnere ich mich natürlich an die Zeit in Salzburg zurück. Ich vermisse die Jungs, ich vermisse die Fans, das ganze Umfeld, die Organisation. Ich hatte unglaubliche Jahre da und werde diese nie vergessen. Übrigens mit dem Adventskalender der Bulls könnt ihr auch etwas gewinnen. Swipe ab und lass dich überraschen. Schöne Grüße. Tschüss.